Wenn die Leute in ihrer Mittagspause auf ihr Handy gehen, die gerade woanders arbeiten, die ich eigentlich in meinem Betrieb haben will, ja, dann muss ich da sichtbar sein. Ja, herzlich willkommen hier zum neuen Video. Ich bin Alex und der Marvin ist natürlich auch wieder dabei. Und wir wollen heute mal über ein kleines Mindset-Thema reden und zwar das Thema Eigenverantwortung. Es ist ja doch so, in der aktuellen Lage, dass sich viele Dinge sehr rasant ändern. Also ich würde sagen, die letzten zwei Jahre hat sich mehr geändert als die letzten fünf bis zehn Jahre wahrscheinlich. Und sei es jetzt die Spritpreise, sei es jetzt das Thema Hersteller, sei es das Thema Fluktuation der Mitarbeiter, sei es irgendwelche Corona-Beschränkungen. Das sind alles Dinge, die sehr rasant sich ändern, wo man sich auch nicht wirklich darauf vorbereiten kann, wo gefühlt morgen das Nächste kommen kann, was komplett sich einmal dreht. Und gerade in diesen Zeiten ist eins wichtiger als sonst eigentlich kaum was. Und das ist halt Eigenverantwortung wirklich zu haben und auch zu verstehen, was das bedeutet. Und ja, darüber wollen wir heute mal reden, einfach auch vielleicht ein paar Beispiele zu bringen, wie man eigenverantwortlich dann wirklich auch handeln kann und wie man auch so ein Stück weit sich von diesen externen Zwängen, in Anführungsstrichen zumindest emotional mal lösen kann und immer noch trotzdem flexibel bleibt. Ja, es geht ja letztendlich darum, so Einflüsse von außen, die auf einen einrasseln quasi. Man kann jetzt sagen, okay, es ist alles so schwer und es ist auch nicht einfach, aber die Frage ist halt, wie geht man mit diesen äußeren Veränderungen um? Letztendlich sind das alles äußere Veränderungen, auf die man irgendwie reagieren muss. Ja, Lieferengpässe, steigende Spritpreise, irgendwelche Veranstaltungen werden abgesagt und so weiter und so fort. Und da ist eigentlich die Frage, wie geht man als Handwerksbetrieb damit um? Ja, wie geht man auch als Chef damit um? Und was hat das mit dem Thema Eigenverantwortung zu tun? Ja, genau. Also Eigenverantwortung beginnt in meinen Augen da, wo man sich selber seinen Scope definiert, für den man Einfluss hat. Bei manchen Leuten endet dieser Scope schon, wo sie sagen, ja, ich habe Einfluss über die Sachen, die ich dem Kunden sage und das war's. Der Rest ist von außen bestimmt und Feierabend. Die Mitarbeiter machen, was sie wollen. Ja, die Kunden im Endeffekt machen auch, was sie wollen. Die Lieferanten machen, was sie wollen. Ich habe nichts davon in der Hand. Scope heißt sowas wie Rahmen. Ja, genau. Der Rahmen. Das ist ein sehr kleiner Rahmen, das ist ein sehr kleiner Einflussbereich, der auch nicht wirklich glücklich macht in meinen Augen. Ein größerer Einflussbereich wäre schon zu sagen, ja, okay, Lieferanten liefern zwar gerade nicht, aber ich gucke halt, wie ich zum Beispiel Lösungen finden kann. Und das Erste, was man sich halt klar machen muss, ist, dass man den Rahmen ja selber bestimmen kann, den man beeinflusst. Und erst, wenn ich mir wirklich auch erlaube, mental zu sagen, okay, es ist halt nicht mehr nur in meiner Verantwortung, zum Beispiel, wie die Mitarbeiter jetzt performen, sondern es ist auch in meiner Verantwortung. Oder andersrum, wie ich performe, sondern auch wie die Mitarbeiter performen, zum Beispiel der nächstgrößere Rahmen, weil ich stelle die Leute hier ein, ich gebe den Schulungsmaterialien an die Hand, ich kann entscheiden, ob sie bleiben oder gehen. Das ist alles in deiner Verantwortung. Jetzt sagen natürlich viele, ja, aber ich kriege ja auch keine Leute auf dem Markt. Auch da hast du die Möglichkeit, was zu beeinflussen. Und erst, wenn du wirklich verstehst, okay, ich habe die Möglichkeit, wirst du nach Methoden suchen, nach Mitteln suchen. Davor wirst du das gar nicht machen. Davor wird es für dich ausgeschlossen sein. Ja, ich finde, beim Thema Fachkräftemangel ist das ein gutes Beispiel, weil der Einflussbereich von vielen ist zum Beispiel, ich habe meinen Betrieb, ich habe meine Region und der Fachkräftemangel ist da. Und bei mir, ich bin zwar bekannt, ja, vielleicht bin ich relativ bekannt oder auch relativ groß schon, aber wenn es die Fachkräfte einfach nicht gibt, dann herrscht eben der Fachkräftemangel und dann kann ich eben auch nicht mehr Leute bekommen. So, das ist der Einflussbereich, den wir halt häufig hören, auch bei Betrieben, die bei uns in der Beratung sind oder teilweise auch von Partnerbetrieben dann. Und da muss man einfach sagen, naja, letzten Endes ist aber, wenn du deinen Einflussbereich vergrößerst, ja, gibt es mehr Möglichkeiten, weil die Fachkräfte, es ist ja nicht so da, dass es sie nicht gibt, sondern es ist ja so, dass sie woanders sind, ja. Heißt nicht, dass wir jetzt wie so ein Headhunter in die anderen Betriebe reingehen wollen und die da abwerben wollen, darum geht es nicht. Aber es geht darum, ja, wenn ich meinen Einflussbereich vergrößere, das heißt, wenn ich meine Botschaften auch bis dahin kommuniziere, wo die Leute aktuell arbeiten, das heißt, ich bin im Internet, ja, ich bin auf Social Media, ich bin bei Facebook, bei Instagram und so weiter, bin ich sichtbar. Wenn die Leute in ihrer Mittagspause auf ihr Handy gehen, die gerade woanders arbeiten, die ich eigentlich in meinem Betrieb haben will, ja, dann muss ich da sichtbar sein und dann dafür sorgen, dass diese Mitarbeiter meinen Betrieb cooler finden als den Betrieb, in dem sie jetzt gerade sind, ja. Und das schaffe ich halt, indem ich meinen Einflussbereich vergrößere und sage, naja, ich will dafür sorgen, dass meine Firma irgendwie attraktiver ist als alle anderen, ja. Und das ist vielleicht manchmal schwer, weil man vielleicht irgendwie nicht, ja, weil man vielleicht sagt, okay, ich habe nicht die geilsten Produkte oder mein Betrieb ist nicht so cool oder so, aber auch da ist das Thema Einflussbereich, ja, warum ist denn dein Betrieb noch nicht der coolste, ne, oder warum ist es bei dir denn nicht cooler zu arbeiten als bei dem anderen, ne. Ja, also letztendlich, du kannst dir vielleicht mal merken, weil das ist ein sehr komplexes Thema, sehr vielschichtig auch und das ist natürlich eine lange, lange Entwicklung, die man da durchmachen muss, dass man da wirklich Einflussbereich massiv dazugewinnt. Ja. Aber der Einflussbereich, den du dir selber zutraust, bestimmt den, den du tatsächlich am Ende hast und bestimmt damit auch die Qualität deines Lebens, ne, weil ganz viele sagen mir auch, ja, es ist ja gar nicht möglich, Sachen abzugeben und so. Und die denken halt auch wieder in dem Rahmen, okay, ich muss halt direkt jemanden finden, der das Gleiche kann, wie ich, damit ich Sachen abgeben kann. Ja. Dann stelle ich eher die Frage, wie wäre es denn möglich, auch jemanden, der nicht so gut geeignet ist, wie ich, das trotzdem machen zu lassen? Wie ginge das vielleicht? Also bei dem Thema System zum Beispiel ist auch ein ganz häufiges Thema, wo Leute sich viel weniger Einflussbereich zu können und einen ganz großen Fehler, den ganz viele machen, ist an der Stelle, sich an Standards zu orientieren, die der Markt so mitbringt. Also zu sagen, okay, bei den anderen fehlen ja auch die Mitarbeiter, bei den anderen ist ja auch der, sind ja auch die Systeme nicht so gut. Wenn wir uns daran orientieren würden, dann wären wir eine Zwei-Mann-Agentur wahrscheinlich, weil die meisten Agenturen Zwei-Mann-Agenturen sind, weil man ja auch keine Leute findet. Aber das ist nicht so. Wir haben halt gesagt, okay, faktisch gesehen gibt es Leute da draußen, die genau das machen wollen, ja auch geschafft haben, die haben ja den Einflussbereich vergrößert. Und jetzt ist es nur wieder zu fragen, es geht also grundsätzlich mal, wie können wir es jetzt machen? Und da soll es dir wirklich, also es ist aktuell, oder die letzten Jahre war es immer so, aktuell nicht mehr, aber es war die letzten Jahre wirklich so, da konnte jeder Unternehmer sein, der Unternehmer sein wollte. Es war halt so Schönwetterzeit über, ich weiß gar nicht, seit 2008 so gefühlt. Also locken wir die letzten 10, 10, 12 Jahre und gerade im Fachfirmenbereich ist da halt jeder durchgekommen, der wollte. Auch die Leute, die sich eingeredet haben, warum das alles nicht gehen würde, warum es Probleme immer gibt, an jeder Stelle nur die Probleme gesehen haben, auch die sind durchgekommen. Das wird sich aber ändern und es ist irgendwann nicht mehr das Thema, dass wir jetzt davon reden, dass man sich ein luxuriöses Umfeld schafft, also einfach so, dass man entspannter arbeiten kann, was immer das für einen bedeutet, ist ja auch egal. Sondern es geht dann wirklich um die Existenz und die Leute, die jetzt nicht checken, auch das alles, was jetzt passiert, auch da habe ich einen gewissen Einfluss drauf. Nicht auf die Sachen von außen, aber auf die, wie es in meinem Unternehmen am Ende stattfindet. Die werden die Zeit halt gut überstehen und die anderen halt nicht. Deswegen solltest du dir schon mal Gedanken machen, wie du deinen Einflussbereich massiv einfach vergrößern kannst und wie du dir das zutrauen kannst. Und wenn du da keine Idee hast, wie gesagt, dann melde dich gerne bei uns. Wir haben eigentlich für jeden Bereich Methoden, Mittel und Wege, den Einflussbereich zumindest ein Stück zu vergrößern, teilweise auch wirklich komplett zu vergrößern, also komplett auf ein Level zu bringen, wo du es dir wahrscheinlich gar nicht vorstellen kannst. Aber das klappt halt nicht, wenn du dich an den Leuten orientierst, wie es die meisten machen, die gerade auf dem gleichen Level sind. Ja, also eigentlich merkst du immer dadurch, dass du eigentlich einen zu kleinen Einflussbereich hast, wenn du akzeptierst, wie so eine Rahmenbedingung ist. Ja, das ist halt so. Also es ist ja so, dass, ja, bei uns ist das ja so, dass, ne. Also immer, wenn du so eine Feststellung quasi machst, generelle Aussage, die, die dich in deinem, was du eigentlich machen würdest, du weißt, du möchtest gerne etwas machen, du weißt auch, du, du müsstest etwas machen. Aber, ja, etwas hält dich davon auf, also davon ab, dann bedeutet das eigentlich, dass dein Einflussbereich in diesem Bereich nicht groß genug ist. Ja. Und wenn du eigentlich dort, äh, versuchen musst, die Eigenverantwortung noch stärker, ähm, ja, auszuleben. Und oft fehlen einem, aber wenn man in dieser Situation steckt, fehlt einem erstens, äh, die, äh, das Bewusstsein dafür, dass man eben diese, dass man diese Problematik hat, ne. Dass man in so seinem eigenen, ähm, Dunstkreis quasi ist, dass man gedanklich da über diese Schwelle gar nicht rüberkommt. Das ist erstmal das Erste allerwichtigste, ne, dass du erstmal wahrnimmst, ey, äh, vielleicht gibt es auch noch eine Möglichkeit, wie, wie, also oft kommt man mit der Frage dahin, wie könnte ich es denn möglich machen, ne. Es gibt keine Fachkräfte, wie könnte ich denn noch trotzdem Fachkräfte bekommen, ne. Oder, ähm, keine Ahnung, äh, das ist gerade nicht lieferbar, ja, wie könnte es denn lieferbar sein? Ja, und, ähm, damit kommt man da teilweise hin. Und, ähm, ähm, äh, ja, das ist erstmal der erste Punkt, das Bewusstsein dafür. Und das Zweite ist natürlich, dass man, ähm, ja, auch versucht, äh, rauszufinden, okay, was gibt es jetzt für Möglichkeiten. Und da ist eben der Austausch in, äh, in Branchen, Gleichgesinnten ganz gut, ne, oder Leute, die, die das schon geschafft haben, oder die wissen, oder die kennen, die Leute kennen, die das schon geschafft haben, ne. Dass man einen darüber bringt, über diese Schwelle. Genau, da musst du aber auch über, über den eigenen Scope BNI-Netzwerk zum Beispiel hinaus einfach mal denken. Ja. Weil das BNI-Netzwerk ist immer so einer klassischen, ja, ich bin ja ein BNI-Netzwerk, ich bin da ja im Austausch, oder ich bin ja in meinem Verband, wir haben da ja eine Branchengruppe. Also, nur die Branchengruppen performen halt alle durchschnittlich leider. Mhm. Also, ich hab da jetzt noch keinen erlebt, die wirklich richtig krass fortschrittlich unterwegs war. Und das ist immer ein ganz großes Problem, weil dann denkt man halt, die Standards, die man hat, sind schon gut, ne, und, ähm, hört halt auf zu hinterfragen, ob man vielleicht auch noch besser sein könnte, als jetzt die Branchengruppe gerade ist. Ähm, dafür sind wir jetzt auch immer irgendwie angetreten, den Leuten halt die Standards zu ermöglichen, die auch wirklich das Leben bringen, was sie sich wünschen, und nicht die Standards, wo die, wo man sich gerade vorstellt, ja, das ist jetzt ja das, was gerade möglich ist, und mehr geht ja gar nicht. Ja. Sondern wirklich auch so eine Eigengestaltung des Lebens wieder zuzulassen, auch unabhängig davon, was da von außen passiert. Ja. Und, ähm, es hängt wirklich immer sehr viel daran, wie du dir selber erlaubst, wie du deinem Kopf erlaubst, ne, den Scope zu finden, also den Einflussbereich, sag ich es mal, zu finden, ähm, und was du dir selber zutraust. Hm. Und wenn du dir das zutraust, wenn du sagst, okay, ich trau mir zu, meine Mitarbeitersache selber in den Griff zu bekommen, dann mach die Schritte dazu. Dann ist es doch überhaupt kein Thema mehr. Und wenn du sagst, ich bin mit dieser Situation extrem unzufrieden, dann überleg dir, wie du sie ändern kannst, weil du kannst sie ändern. Du kannst ja nicht alles ändern. Weil fast alles ändern im Unternehmen. Ja. Ja, also, wenn du Lust hast, ähm, dass dein Unternehmen bessere Zahlen schreibt, ja, oder, äh, dass du endlich Fachkräfte aus deiner Region gewinnst, oder sagst, äh, ich hab keinen Bock mehr, immer den Feuerwehrmann zu spielen, ja, und, äh, äh, will, ähm, dass nicht mehr so viele Fehler gemacht werden, ja, oder du willst auch mal, äh, in Urlaub fahren, ja, oder dir das Hobby vornehmen, was du dir schon so lange vorgenommen hast, dann, äh, sind das alles so Hinweise darauf, dass das eben der Fall ist. Wenn du da Hilfe brauchst, melde dich gerne bei uns, ja, am-beratung.de, hier unter dem Video findest du auch den Link, da kannst du dich anmelden zu einem kostenfreien Beratungsgespräch, können wir uns das Ganze anschauen, wie kann dein, äh, Betrieb bessere Zahlen schreiben, wie kannst du die Fachkräfte gewinnen, oder auch, ähm, dein Unternehmen noch ein Stück weit besser, äh, zum Beispiel digital aufstellen, ne, das sind alles Themen, äh, die wir mit unseren Partnerbetrieben, ähm, lösen, und, ähm, ja, ich hoffe, dir hat das Video geholfen, gefallen, wenn das ganz interessant war, dann gib gerne mal einen Daumen hoch, ne, gibt uns auch immer das Feedback, äh, dass das gut angekommen ist, und, äh, dass diese Inhalte für dich interessant sind, lass auch gerne einen Kommentar drunter, wenn du dich wiedererkannt hast in der einen oder anderen Situation, oder wenn du eine Frage hast. In diesem Sinne sage ich, ich wünsche dir noch einen erfolgreichen Tag, und wir sehen uns dann im nächsten Video, bis dann. Jo, ciao. Ciao. Ciao.